Hallo und herzlich Willkommen zurück zu MyBrotherWebbit. Ja, wir brauchen ein paar Schneidekäfer. Schlüssel. Wir sind einige an Käfer, ne? Da haben wir auf jeden Fall noch einen, ne? Da haben wir noch einen. Kriegen wir die Dinger denn aber auf, ist die Frage. Oh, nicht auf. Hier, da kriege ich auch nicht raus. Ah. Ne, hier kann ich ja nichts dran machen. Äh. Ist ja klar, ich brauche ja den Schlüssel. Alter, wie komme ich denn an den Käfer hier? Ah. Okay. Hier ist kein weiterer Käfer. Das habe ich nicht gesehen, okay. Aber die Frage ist, ich kann ja momentan mich nicht weiter wegbewegen. Aber ich kann das hier öffnen. Die muss ich auch noch finden. Befreien wir uns aber erstmal. Freiheit! Ja, was können wir denn hier mit der Zange machen? Das können wir mit der Zange machen. Neugierde. Ne? Das öffnet allerdings nicht unser... Achso, wahrscheinlich... Hä? Ah. Aha. Okay. Jetzt checke ich das System. Okay. 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 Ja, das dreht den Inneren. Hallo, Mr. Arzt Bär. Hallo, Mr. Arzt Bär. Ein Strom. Wer braucht ein Rollen. Auch ein kleine niedliches Spinnchen? Ich brauche ein Rohr. Das ist auch für den Strom okay. Oh. Wie putzig. Ich gehe stark davon aus, wenn sich das öffnet, finden wir noch dieses andere Rollband. Zumindest sehe ich es gerade nicht. Kann man da auch noch spinnen? Achso, dafür brauche ich die Rohre. Oh ja, gut. Äh, die Frage ist, was ist denn hier noch ein Rohr? Erstmal weiter. Das Rohr kriege ich nicht mal raus. So, also oberster und dann der ganz links. Das ist glaube ich der mittlere ganz rechts. Na ja. So. Ist auch noch eine Spinne hier. Da war auch noch hier eine. Und noch eine da. Eine kleine Spinne. War das echt farblich, Möcke? Oh ja. Ich habe jemals erwähnt, dass ich schrecklich in allerlei Rätseln bin. So halbwegs zumindest. Zumindest. Ja. 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 Eins bitte. So. 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 Ich müsste erstmal. So. Und dann müssen wir das noch binkriegen. Sesam. Wieso kriege ich das Rohr denn eigentlich nicht raus? Mit was ist das denn verbunden ist meine Frage. Undedingung. Dann können wir den Weg erleuchten. Damit wir auch noch kristalle finden. kein strom ein sehr sehr wiederkehrendes phänomen hier ich weiß immer noch nicht wie ich da rankommen soll ich habe hier zumindest sehe ich nicht was ich dagegen bolzen könnte dass das kaputt geht oder dass ich es rausziehen könnte oder was auch immer und eine karotte da haben wir natürlich nicht rauskriegen aber dafür haben wir ihn hier sind wir nach und nach die witzel Oh, was hab ich gemacht? Gelb, Orange, ja. Haha, ich bin so schlecht, ne? Gelb, Orange, Lila, Rot. Oh Gott. Grün, Blau, Rot, Gelb. Grün, Blau, Rot, Gelb, Orange, und nicht nur eins. Rot, Gelb, Blau. Oh, das war das Einfachste. Das Letzte war das Einfachste. Er brät wieder sein kleines Ding an. Okay, wir haben Strom, Leute. Wir haben Strom. Jetzt brauchen wir Stecker. Und die Federn? Endlich. Oh, da unten hab ich auch noch. Wir haben hier irgendwo Stecker. Ich weiß nicht wo. Ich bin blind. Ich bin wirklich blind. Ich sehe ihn wirklich nicht. Außer den aufgemalten. Sehe ich hier unten jetzt keinen. Auf den ersten Blick. Da war ja nichts drin. Ich lasse mich jetzt mal aufmachen. Da ist aber auch nichts mehr drin. Hier soll auch ein Stecker sein. Da muss ich auch nur den Stöpsel geben. Oh. Oh. Und hier ist noch eine Feder. Was ist denn hier noch eine Feder? Darunter sehe ich jetzt erstmal auf den ersten Blick keine. Das war die Rolle. Guck an. Aber die Feder sehe ich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht hier. Da versteckt sich, soweit ich weiß, keine oder sehe ich keine. Mit dem Schuh kann ich nicht interagieren. Ach da. Okay. Hier haben wir auch noch so eine Drehlinge. Aber seine Angel ist ja keins. Der ist schon geschaut eigentlich. Nichts machen. Hier können wir drehen. Ah. Aber wie mache ich die auf? So macht man die Klinik auf. Oh. Ja. Oh. 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 Ich hab ihn mir le ash. Oh. Oh. Oh, oh. so und dafür was brauchen wir jetzt dafür ist die frage so endlich 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 ähm wo brauchten wir das hier gleich ach ja beim arzt ok jetzt wieder eine reinfolge ganz cool ja 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 Ja, ja, Diagramm, lass mich schon klar, Kollege Zwar habe ich das schon irgendwo gesehen, ich glaube nicht Denn ich gehe stark davon aus, dass da hinter diesem Tresortürdings eben etwas steht Allerdings ist die Frage, was? Beziehungsweise welche Reihenfolge will es für mich? Oh Na gut Dank Zühnchen Oh, Eiskünstler Was haben wir auch noch? Ich finde es sehr interessant, dass wir das hier gerade bekommen haben Um zu sehen, dass wir so das Rohr bekommen, was ich schon in der Hinsicht gelöst habe Weil das müssten die Zeichen draußen gewesen sein, wo ich auch das andere Zeug für hinbekomme Das löst mir ja mein Problem hier nicht Achso, das kann ich ja noch nicht connecten, weil ich hier das hier brauche Ach, da oben, guck an, ja Drin eins übersehen? Nee Da bräuchte ich die Ohre für, ist aber auch kein Stimmt, hier soll ja noch ein sein Ich war gerade aber schon in dem Bild davor so blind, ne War ich hier wahrscheinlich auch blind Aber Ich hoffe, bis zur nächsten Sendung oder bis zur nächsten Folge habe ich es gefunden Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao, ciao 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 Ciao